abstimmung zum don gang logo 2 okay spaß beiseite ich bin don f204 und wir haben noch vier bilder die wir noch nicht vorgestellt haben beziehungsweise die ich noch nicht vorgestellt habe und darum würde es in diesem video gehen wir machen die zweite abstimmung vier bilder zwei kommen weiter zwei fliegen raus momentan steht es bei der ersten abstimmung so dass kalastelio weiterkommt mimi weiterkommt und pegistmo hier hatte ich einen tippfehler das ist mir ein bisschen peinlich aber er heißt pegistmo und nicht pigistmo das ist mir ein bisschen peinlich und pegistmo kommt weiter also pegistmo nicht pigistmo ist mir jetzt ein bisschen peinlich aber ihr verzeiht mir das so kalastelio mimi und pegistmo ideen kommen weiter type wolf und evermore scheiden dann aus ist ein bisschen schade aber am ende kann halt nur einer gewinnen das tut mir halt ein bisschen leid aber anders geht es halt leider nicht egal bei allen wir uns kommen wir zum zu den nächsten bildern wir wollen hier nicht unnötig zeit vergeuden fangen wir wieder mit kalastelio an oder ach diesmal haben wir mit kalastelio auf das ist doch eigentlich viel cooler so fangen wir von rechts nach links an beim letzten mal von links nach rechts angefangen johnny bot studios habe ich schon mal vorgestellt einmal upsala das war jetzt nicht ganz das was ich wollte so das war die schriftrolle mit der alten schrift und dem pixel herz welches schlägt fand ich von der idee her gar nicht mal schlecht aber ich finde halt dass es nicht ganz stil sicher ist die schriftrolle keine ahnung woher die ist und die ist definitiv auch bestimmt nicht selber gemacht und passt auch nicht wirklich zu dem pixel stil des herzes und die schrift passt natürlich auch nicht zu dem pixel stil des herzes das würde ich auf jeden fall angleichen dass es alles im pixel stil ist komplett und die schrift würde ich vielleicht noch ein bisschen leserlicher machen weil das hier sieht fast aus wie rahmen und nicht wie namen zum beispiel oder auch hier das volk ist finde ich dass v auch sehr schwer zu lesen oder bei 8 bit würde ich auch noch einen bindestrich zwischen 8 und bit machen dass man es auch noch ein bisschen besser lesen kann um die lesbarkeit zu erhöhen ansonsten wie gesagt finde ich halt dass es halt nicht ganz so vom stil her übereinstimmt pixel grafik mit normaler grafik hat in anführungszeichen finde ich halt nicht ganz so pralle aber sieht gut aus an sich die idee ist auch gar nicht mal schlecht also ich finde es wirklich gut die idee sogar gefällt mir von johnny bot studios das herz logo nennen wir es herz logo jetzt muss ich überlegen wie johnny bot studios geschrieben wird johnny damit ich es nicht wieder falsch mache hier bot studios mit s oder mit johnny bot studios mit s studios herz logo nenne ich das ganze mal ähm das wäre option 1 wenn euch johnny bots ähm herz logo am besten gefällt es ist wirklich cool wie gesagt die idee gefällt mir man muss nur ein bisschen gucken dass man das vielleicht noch mal komplett gepixelt bekommt vielleicht es ist auf jeden fall animiert das ist schon mal eine coole idee es ist das einzige animierte logo und das eigentlich ziemlich cool muss ich wirklich sagen finde ich gut gefällt mir vom grundgedanken her ist das schon echt gut dann mimis zweite idee hier hat ja eindeutig mimis erste idee gewonnen aber zumindest so gut wie in vier minuten ist die erste auswahl zu ende wir werden das dann auch gleich mal live abscreenshotten und also mehr oder weniger live ist es ja das video ist dann nicht live auf youtube aber für mich ist das dann live ähm bei der aufnahme so ihre zweite idee ist vielleicht nicht ganz so eindrucksvoll wie die erste idee hier die erste war wirklich cool definitiv aber die zweite idee gefällt mir auch sehr das ist ein strohhut in also gepixelt zumindest die umrandung und ausgemalt ist er jetzt nicht und dann darüber und darunter dann die schrift und gang in drei varianten ich kann auch alle drei noch mal öffnen so da haben wir hier noch mal drei varianten ihr könnt wie immer auch dazu schreiben welche variante euch am besten gefällt oder ob wir welche mischen würdet ich finde hier finde ich bei der letzten variante finde ich das anti-aliasing ein bisschen zu stark persönlich ich finde das anti-aliasing von der zweite genau die zweite variante finde ich am schönsten und hier ist halt gar kein anti-aliasing ich finde es mit ein bisschen anti-aliasing finde ich es wirklich gut gefällt mir also kantenglättung gefällt mir eigentlich ganz gut Sieht auch in kleinen eigentlich am besten aus im ordner finde ich jetzt persönlich dass hier sieht ein bisschen zu grisselig aus und das ist eigentlich wirklich sehr schön aus und das ist einfach zu glatt das sieht zu glatt aus überhaupt nicht mehr gepixelt das finde ich eigentlich nicht so schön aber wenn ihr euch jetzt die farben hier besser gefallen könnte man natürlich auch die variante mit den farben oder wo haben wir das andere jetzt das schwarze so da die variante mit den farben oder mit den farben das daran solltet ihr nicht scheitern wenn euch das gefällt dann wählt wie nennen wir es ah ja genau nennen wir es einfach hut logo ähm oder strohhut mimi strohhut logo dann wählt diese variante also dieses logo eigentlich wirklich ziemlich cool das ganze eigentlich sind immer alle logos finde ich ziemlich cool irgendwo haben sie alle was aber ich fand das andere doch etwas eindrucksvoller ich will euch hier nicht beeinflussen aber ich fand es ein bisschen besser so evermore's idee ist auch übelst cool hier wäre dann das nächste so machen wir mal kurz weg wäre an expendables angelehnt auch der strohhut ja mein markenzeichen der strohhut nein eigentlich ist das nicht mein markenzeichen sondern rufi beziehungsweise lufis markenzeichen ähm mit der krähe drauf ähm er meinte angelehnt an expendables ich habe das expendables logo gar nicht jetzt im kopf den film habe ich gesehen hm kann man sehen muss man nicht aber es ist halt mein geschmack äh nicht so sagen wir mal eher nicht so mein geschmack so rum oh ähm extra ordinär extraordinary so extraordinary ähm was ich ändern würde wäre auf jeden Fall die ähm Kontur der Schrift ist kaum lesbar finde ich jetzt ähm vor allem wenn man es ein bisschen kleiner hat hier das ist überhaupt nicht lesbar wenn man die anderen Logos jetzt anguckt beispielsweise hier von Mimi da ist auch in klein die Kontur gut lesbar also die Schrift gut lesbar hier bei allen Logos egal welches ist es auch immer schön hier in klein lesbar hier genauso bei typewolves Idee und bei colorstelio ist es genau das gleiche kann man sehr gut auch in klein lesen und da ist tatsächlich evermore's äh extra ordinary ähm kann ich gleich mal kopieren damit ich es nicht falsch schreibe nachher ähm Idee die einzige wo man es nicht in klein lesen kann also das würde ich vielleicht noch ändern dass man das irgendwie noch ähm lesen kann wenn das Logo ein bisschen kleiner ist weil sonst kann man das überhaupt nicht lesen in groß kann man es ganz gut lesen und in ganz groß natürlich sehr gut sogar also mir gefällt es auf jeden Fall also mir gefällt es wirklich sehr also viel besser auch als die alte Idee also die erste Idee von ihm das war die hier ähm oh es ist 17 Uhr jetzt kann ich gleich mal ähm ähm ich hab's noch mal ein zweites Mal offen kann ich's gleich mal reloaden und abscreenshotten so ja machen wir's so okay da haben wir den Screenshot ihr seht es speichern und Desktop ja passt so und das war's alles gut und Johnny Bot Studios Herzlogo Strohhutlogo und Evermore das mh jetzt hab ich's natürlich nicht mehr in der Zwischenablage jetzt hab ich das ähm den Screenshot in der Zwischenablage Extraordinary Extraordinary Logo wäre dann das nächste und die letzte Option wäre dann Calastelios Bild das hab ich beim letzten Mal schon gezeigt ähm das hatte ich beim letzten Mal schon gezeigt das wäre dann das hier das ist wirklich cool gefällt mir sehr ich find beide Logos von Calastelio ähm sehr gelungen hat mich auch stark gewundert dass Calastelio so schlecht abgeschnitten hatte also schlecht in Anführungszeichen ich dachte das wird arg knapp mit dem Pixel-White-Logo aber ähm so hab ich mich geirrt ähm aber er hat ja noch einen zweiten Entwurf und ich find den eigentlich noch besser als seinen ersten ähm wirklich also ich find das richtig gut sein erster war der hier mit den Eingabegeräten die drum herum geflogen sind und das hat mir schon sehr gut gefallen und das hier find ich eigentlich noch cooler gefällt mir auch ähm ich weiß nicht ob man das jetzt sehen kann ja genau das kann man auch sehen das hat auch diese Scanlines ähm Entschuldigung Scale-Lines oder nee Scanlines oder Scale-Lines Scale-Lines heißen die glaube ich ähm ich bin mir jetzt nicht sicher nicht dass ich jetzt etwas falsch sage Scanlines oder Scale-Lines ich bin mir jetzt echt unschlüssig ihr wisst ja was ich meine diese diese Linien hat es auch man kann das auch in Photoshop dann per Pixel-Wiederholung vergrößern und das sieht wirklich sehr sehr schön aus gefällt mir dann am Ende also jetzt sieht es ein bisschen schwammig aus aber wenn man das in Photoshop dann vergrößert dann ist das wirklich knackenscharf und es sieht wirklich cool aus hat er sich sehr viel Mühe gegeben wieder schön ähm im Pixel-Stil das Ganze und halt mit den Scanlines ähm ich hoffe Scanlines ist richtig ähm gut dann hätten wir noch das letzte von Carla Stelio ich hoffe ich schreibe das diesmal alles richtig ähm wie nennen wir es ähm ähm Arme Logo das ist wirklich das geht in meine Ursprungsidee ein bisschen rein wie der Pate ähm wo quasi die Arme dann quasi das ganze steuern mehr oder weniger das finde ich cool gefällt mir wirklich das geht ja in meine Idee ein bisschen rein und wurde von dem Herrn Itai ein bisschen inspiriert noch also ähm Carla Stelio hat sich dabei Inspiration von Herrn Itai ähm geben lassen und es gefällt mir das sind dann alle vier Logos die wir haben zur Auswahl einmal das erste ist das von Johnny Bot das zweite wäre das von Mimi hier das äh Hut Logo und ja hier ist noch ein bisschen Platz so machen wir es so und das dritte wäre dann das ähm Hut Logo Extraordinary von ähm Evermore so machen wir noch ein bisschen hier rüber damit wir Carla Stelio es auch noch hinbekommen und dann ist das hier von Carla Stelio kann ich mal kurz noch zoomen so so perfekt dann haben wir das hier noch von ups habe ich jetzt hier außersehen umgeschalten na so jetzt haut es hin so ähm das sind die ganzen Logos die wir diesmal haben also wählt das erste für Johnny Bot Studios ähm Herz Logo das zweite für Mimis ähm Hut Logo auch schön gepixelt aber wie gesagt hier finde ich äh das Anti-Aliasing ein bisschen zu stark und hier finde ich es eigentlich ganz gut gepixelt das Anti-Aliasing sieht fast aus wie von Hand gepixelt könnte sogar von Hand gepixelt sein und hier sieht es eher aus wie von äh Photoshop generiert und das sieht halt nicht so schön aus ähm hier Extraordinary Logo finde ich auch sehr cool gefällt mir wirklich das ist wirklich also das hat mich sehr überrascht weil ähm Evermore immer meinte er kann sowas eigentlich nicht so gut aber es hat mir wirklich doch das gefällt mir an also an also von hier Expandables orientiert an Expandables orientiert ich weiß das Expandables Expandables Logo gerade wirklich da habe ich gerade gar keinen Gedanken ich würde aber auf jeden Fall nochmal vieles überarbeiten mal gucken äh so das würde ich dann auch nicht so lassen wie gesagt alleine schon weil man die Schrift und den Rahmen dann in kleinen gar nicht richtig sehen kann das fand ich nicht so schön und auch so ist es ein bisschen schwer zu erkennen aber das soll nicht das Problem sein das ist relativ schnell gefixt und dann das letzte von Calastelio auch wieder sehr sehr schön wieder sein erster Entwurf schon ähm ich finde es sogar noch besser als den ersten Entwurf finde ich sehr gut gefällt mir wirklich sehr schön gepixelt auch das kann man jetzt hier vielleicht wirklich sehr schwer erkennen aber das ist wirklich sehr 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 schön ja das kann man jetzt ganz schwer erkennen ähm aber es ist wirklich schön gepixelt und jetzt in der Größe sieht das auch knackenscharf aus und wie gesagt wenn ich das in Photoshop dann und nicht in der Fotogalerie hier von Windows vergrößere dann funktioniert das auch sehr gut so das sind nochmal alle Bilder könnt ihr nochmal ich kann das hier nochmal runterschieben dann könnt ihr das vielleicht nochmal ein bisschen besser sehen dann könnt ihr alle drei von Mimi sehen so ähm könnt ihr euch eins aussuchen hier steht auch ähm nicht der Name drüber sehe ich gerade außer bei Calastelio und Evermore und bei Johnnybot Studios aber ansonsten steht immer der Name drüber bei Mimis steht jetzt nicht der Name drüber also da steht jetzt nicht Mimis äh Mimis drüber aber spielt keine Rolle also Johnnybot Studios Herz Logo haben wir hier dann Mimis Strohhut Logo haben wir hier beziehungsweise wir nehmen mal ein hübscheres nehmen wir das hier so das hier dann wie gesagt Evermore's und Calastelio's hier habt ihr nochmal alle eingeblendet mehr oder weniger nur bei Mimi halt nicht die Variationen aber das spielt ja jetzt eigentlich keine Rolle und auch in der Reihenfolge wie sie dann hier stehen könnt ihr euch Vollbild machen ein bisschen drüber nachdenken und ich werde das Video jetzt rendern hochladen und dann beginnt auch die Abstimmung das wird dann wahrscheinlich so gegen 18 Uhr beginnen heute am 22. und ist dementsprechend 18 Uhr am Donnerstag beendet das Ganze und dann werden wir dann am Donnerstag wahrscheinlich die finale Abstimmung beginnen von den übrigen Bildern das wird dann wahrscheinlich bis Samstag oder vielleicht lasse ich es noch bis Sonntag laufen wird dann vielleicht bis Sonntag gehen also übers Wochenende auf jeden Fall doch ich lasse es dann bis Sonntagabend laufen genau ähm aber dazu kommen wir dann wenn es soweit ist also erstmal die Abstimmung wird jetzt vom 22. circa 18 Uhr bis äh zum Donnerstag 24. um 18 Uhr laufen gut ich hoffe ihr macht wieder mit es haben ja fleißig 13 Leute mitgestimmt finde ich voll in Ordnung finde ich super freut mich und ihr habt euch für einen Sieger entschieden und wie gesagt weiterkommen dann ins Finale nee doch ja Calastelio Mimi und Pegistmo Spilda und danke auch für die Kommentare ich habe mir die alle durchgelesen sehr sehr schöne Kommentare könnt ihr euch auch nochmal durchlesen tolle ähm Beiträge gefällt mir sehr dann bis zum nächsten Mal Tschüssli euer Don den